Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Nächstes Chaos-Hilft-Video, der Rundenvergleich, wo ich euch Verbesserungen gebe oder wo ihr bestimmte Kurven besser nehmen könnt und so weiter. Falls du ein Video hast, eine Runde aus dem Hotlab-Modus, also aus dem Zeitfahrmodus, aus dem Grand Prix-Modus, aus einer Multiplayer-Lobby, was weiß ich, gerne den Link in die Kommentare oder komm auf meinen Discord. Hier gibt es einen extra Kanal, um euren YouTube-Link oder WeTransfer-Link oder was auch immer. Einfach reinschicken und dann seid ihr in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mit dabei. Heute ist es was ganz Spezielles, denn der Titel der hochgeladenen Runde nennt sich F1 2020 Noob Hotlab Melbourne. Jetzt, warum erwähne ich das Ganze so? Das ist ein Beispiel und das könnt ihr mir natürlich auch schicken, denn dafür ist diese Serie gedacht. Und ich denke, das kommt von dem User Parsi Wade oder Parsi Wade, wie man es auch immer ausspricht. Er hat in seiner Beschreibung drinstehen, bin totaler Anfänger, fahre mit Controller, mit dem Xbox 360 Controller auf dem PC. Und ich habe dieses Video schon angeschaut. Und als Vorwegwarnung, das ist hier keine besonders gute Runde. Ich habe mich aber entschlossen, diese Runde trotzdem mit aufzunehmen, denn es hilft vielleicht Leuten von euch, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die denken, oh Gott, was mache ich falsch? Und wie kann ich meinen Fahrstil verbessern? Auch hier vorweg gesagt, das Video hat keinen Ton, deswegen werde ich auch nicht die Runde einmal durchlaufen lassen, sondern wir gehen Kurve für Kurve durch, wie so eine Art Streckenlexikon. Aber ihr werdet gleich merken, was der Sinn wahrscheinlich hinter diesem Video sein soll. Also, wir beginnen. Wie gesagt, Controllerfahrer und noch Anfänger. Vielleicht hat er auch die Strecke noch nicht so intus, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Punkt 1, wenn ihr Anfänger seid, würde ich euch natürlich empfehlen, man merkt schon, er fährt hier in der Mitte der Strecke. Das heißt, er weiß nicht so ganz, wie die Strecke funktioniert. Und grundlegend muss man natürlich allgemein sagen, ich finde es gut, dass er, ich muss mal ganz kurz spicken, er hat nur ABS und Traktionskontrolle an. Jetzt muss man das natürlich auch loben, dass er schon versucht, ohne Fahrhelfen zu fahren. Für den Anfang würde ich aber auf jeden Fall die Linie empfehlen im 3D-Modus. Denn wäre die Linie an, würde man sehen, dass man hier fahren muss und dann rechts in die Kurve. Man sieht auch, dass er jetzt zum Beispiel schon langsam macht. Er bremst jetzt schon ab, steht im zweiten Gang vor der Kurve. Das heißt, er weiß nicht so wirklich, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie er die Kurve anfahren muss. Und wenn ihr auf dieser Stufe als Anfänger seid, fahrt oder macht auf jeden Fall die Fahrhilfe an, die Linie an, also die Fahrhilfe Ideallinie. Natürlich sollte das Ziel von jedem sein, irgendwann alles auszuhaben, denn dann kann man die wahre Speed, das wahre Potenzial von einem sehen. Denn mit Fahrhilfen kann jeder fahren und ohne Fahrhilfen, das ist die Raw Speed, wie man so nennt, die pure Speed, die wahre Speed. Und da erkennt man wirklich, wie jemand unterwegs ist. Hier auf jeden Fall als erster Tipp die Fahrhilfe, die Ideallinie aktivieren, denn Streckenkenntnis ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht hundertprozentig vorhanden. Andere Kurven funktionieren dann plötzlich, das werdet ihr gleich sehen. Also hier merkt man, er ist auch viel zu langsam, fährt jetzt aber hier die Runde, auch ruckartiges Lenken am Controller, aber das ist ja bei Controllerfahrern normal. Auch hier bleibt er eher auf der rechten Seite, wobei eine Rechtskurve kommt, die nimmt er aber an sich gar nicht schlecht. Kommt hier aber ein bisschen zu weit raus, auch die Linkskurve ergibt auch kein Gas, wie man rechts unten leicht sehen kann hinter mir. Und hier slidet er ziemlich viel und was mich wundert, was mich nicht wundert, man merkt auch, dass er mit den Schaltvorgängen noch nicht so parat ist. Also wenn ihr Anfänger seid, schämt euch nicht, haut die Linie rein, haut die automatische Schaltung rein und fahrt erstmal. Genießt das Spiel, lernt die Strecke kennen, lernt die Bremspunkte kennen, lernt, wie ihr in die Kurven einfahren müsst. Denn man merkt, dass er noch nicht viel Australien gefahren ist. Das merkt man auch hier, weil er relativ spitz anfährt. Dann bleibt er hier ganz lange im zweiten Gang, fährt während dem Lenken rechts ins Gras, auch hier der dritte Gang. Jetzt macht er noch ein bisschen langsam. Dann fährt er hier im fünften Gang in die Kurve und schaltet jetzt nochmal runter. Also ich weiß nicht, ob er vom Schalten her auf die Knöpfe kommt, aber fahrt erstmal auf Automatik, fahrt euch ein und dann wird das Ganze schon. Wenn wir auf die nächste Kurve kommen, auch hier wieder, er fährt komplett nach rechts. Also weiß er ja im Grunde die Strecke nicht. Das heißt, hier mit der Ideallinie wäre die hier links, rechts über den Körb und dann die Beschleunigung rausnehmen. Er fährt wieder viel zu spitz rein und hat dementsprechend auch hier keine große Beschleunigung. Was man natürlich auch sagen muss, die Traktionskontrolle komplett hilft in diesem Spiel nicht. Die ist grottenschlecht. Ihr könnt da zwar auf der Kurve schon auf den Pinsel gehen, also voll Gas geben. Die macht euch aber nur langsam. Also im besten Falle Traktionskontrolle mittel bzw. aus. Aber für dich, für den Anfang, Parsi, auf jeden Fall gerne auf Traktionskontrolle komplett weiterfahren, damit du die Strecken kennenlernst. Und dann wird das auch auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal hier in den weiteren Verlauf. Wir sind in Sektor 2. Hier anbremsen. Er bleibt links auf der Ideallinie. Trifft den Scheitelpunkt nicht. Geht auch schlechter. Geht natürlich besser. Aber man merkt, ja, er hat sich nicht verschaltet. Er hat ungefähr die Ideallinie gehabt. Es geht auf jeden Fall. So, hier fährt er schon nicht Vollgas. Hier bremst er ab. Also er weiß auch wieder nicht diese Linkskurve. Und kriegt die Kurve hier auch nicht, weil er einfach den Scheitelpunkt nicht trifft. Und das ist eben auch der Fall der Ideallinie. Die würde jetzt hier zeigen, hier fährt er zum Beispiel auch wieder weiter nach links. Er könnte aber ganz rechts bleiben, um dann eben hier mit Speed den Scheitelpunkt zu bekommen. Und wenn er den Scheitelpunkt bekommt, ist er normal mit dem Auto hier außen in der Kurve und kann dann rechts den ganzen Schwung mitnehmen. So ist er hier mitten in der Kurve. Er müsste jetzt auch schon wieder nach rechts lenken. Macht er noch nicht. Jetzt erst. Und dadurch kriegt er den Scheitelpunkt nicht und verpasst die Kurve. Dann kommen wir hier zu den Doppelrechtskurven. Auch hier wieder. Ihr habt es bestimmt jetzt schon gemerkt im Video. Er ist nicht auf der Ideallinie. Er fährt die Kurve viel zu spitz an. Also auch hier mit der Ideallinie hätte das Ganze funktioniert. Ansonsten auch ein bisschen zu langsam durch die Kurve. Aber von der Beschleunigung her passt es. Hier kriegt er auch den Scheitelpunkt nicht. Bleibt zumindest mal im vierten Gang. Das geht auch schlechter. Hier die vorletzte Kurve. Da merkt man auch witzigerweise, er wollte erst richtig einlenken. Hat dann gedacht, das ist zu viel. Hat wieder losgelassen. Und dann kriegt er die Kurve nicht mehr. Also hier. Er lenkt richtig ein. Ihr seht es vom Einschlag. Das hätte locker funktioniert. Er hätte wahrscheinlich den Körb innen berührt. Aber es hätte funktioniert. Und dann wäre er durch die Kurve gekommen. Von der Ansicht her dachte er aber, durch diesen kurzen Lenker, den ihr jetzt gesehen habt, es reicht nicht. Und das ist natürlich nicht so gut. Auch hier hat er es nochmal kurz gelöst. Und jetzt wird er halt nach außen getrieben in die Kurve. Und kommt hier Richtung Körb. Und das ist natürlich dann nicht so vorteilhaft. Kommt hier sogar noch aufs Gras. Geht jetzt auf die Beschleunigung. Er tritt auch nicht Vollgas aufs Gras. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt geht er. Also mit Traktionskontrolle könnt ihr schon in der Kurve voll drauf treten gefühlt. Also in fast jeder Kurve könnt ihr einfach voll drauf. Das Auto wird euch nicht wegrutschen. Erst auf Traktionskontrolle Mittel und auf Traktionskontrolle Aus wird das Ganze ein bisschen schwieriger, nenne ich es mal. Wobei das jetzt im Grunde auch nicht schwierig ist. Also was man im Grunde sagen muss, um eine kleine Zusammenfassung zu machen an dich Parsi und natürlich auch gerne an alle anderen Anfänger, die diese Runde schauen, um nochmal schnell durchzuspringen. Auf jeden Fall die Ideallinie mal einschalten und die Strecken leeren. Denn dann fährt man die gewohnte Linie außen in die Kurve rein und nicht zu spitz. Was nämlich, wenn man jetzt mal schnell durchscrollt, gefühlt in jeder Kurve ist, dass du einfach zu spitz reinfährst. Also da immer den weiten Bogen nehmen. Auch hier, hier, da links ist die Ideallinie, viel zu spitz in die Kurve. Da kann man natürlich keine Speed aus der Kurve mitnehmen, das ist klar. Aber hier hat es zum Beispiel wunderbar funktioniert. Außen auf der Ideallinie verpasst zwar den Scheitelpunkt, der wäre hier ein bisschen weiter in. Aber ansonsten nicht zu spitz angefahren, natürlich den Scheitelpunkt verpasst. Aber das geht auf jeden Fall schlechter. Also da merkt man, es ist ein bisschen was vorhanden, wo streckentechnisch auf jeden Fall funktioniert. Eine Kurve später hat es dann eben nicht mehr funktioniert. Und in der nächsten Kurve, der nächsten richtigen Kurve, auch hier wieder, wird er oder zieht er eher nach links. Das heißt, immer von außen in die Kurve reinfahren. Gerne natürlich auch andere Videos von mir auf dem Kanal anschauen. Und ansonsten hier eben wieder zu spitz. Und in der nächsten Kurve funktioniert es ja auch wieder, dass er außen bleibt. Er fährt zwar ein bisschen nach innen, aber das kann man in der Kurve eigentlich recht gut machen. Auch hier, er fährt ein bisschen zu weit nach links. Aber hier ruhig noch weiter rechts bleiben und dann den weiten Schwung in die Kurve nehmen. Denn durch diese Spitze anfahren, wird es natürlich ein bisschen schwerer, den Scheitelpunkt zu treffen und dann vernünftig durch die Kurve zu kommen. Und das gleiche dann dementsprechend auch in der letzten Kurve. Hier kommt er zwar ein bisschen zu weit raus, aber da auch den Scheitelpunkt treffen und dann funktioniert das. Also dieses Video, ihr habt es gemerkt, ich habe es ja auch am Anfang gesagt, er ist nicht der Pro-Gamer. In diesem Format wird auch nicht jede perfekte Runde vorgestellt. Denn sonst könnte ich natürlich nicht noch was verbessern. Und deswegen allgemeiner Tipp an euch, wenn ihr neu seid, wenn ihr die Strecken vielleicht noch nicht so gut kennt, scheut euch nicht erstmal die Fahrhelfen einzuschalten. Demnächst kommen natürlich noch Videos, wie ihr Schritt für Schritt ohne Fahrhelfen fahren könnt. Aber für den Anfang stellt auf jeden Fall die Ideallinie ein, stellt auf jeden Fall die automatische Traktion ein und dann fahrt erstmal. So blöd es klingt, fahrt 30 Runden die Strecke. Ihr werdet von den 30 Runden euch wahrscheinlich 25 Runden verbessern. Das ist aber der Sinn hinter der ganzen Sache. Und dann könnt ihr so langsam die Fahrhelfen ausmachen und dementsprechend schneller auf den Strecken werden. Das war es jetzt aber erstmal auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat den Anfängern unter euch auch ein bisschen geholfen. Und vielleicht wird ihr jetzt quasi plötzlich 5 Sekunden schneller fahren, aufgrund meiner Tipps. Könnte ja möglich sein. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Chaos-Hilf-Video und natürlich auf den anderen Videos auf dem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.